Hier seht ihr nun das Pferd mit dem ausgetrockneten Kleber. Hier drin, hier hinten haben wir geklebt und ihr seht, ich habe es wieder komplett aufgeblasen und es entweicht keine Luft mehr. Was man dazu sagen muss, diese Klebestelle, die hält jetzt für eine Zeit, aber je nachdem, wie häufig das Pferd benutzt wird, kann das wieder aufbrechen. Dann einfach abkratzen und nochmal eine neue Klebestelle wieder drüber machen. Aber ich würde sagen, das hält garantiert mal 4-5 Monate und ist wesentlich günstiger als sich ein neues Pferd zu kaufen. Gut, dann wünsche ich euch viel Spaß, ihr schafft es auch.